Hallo zusammen und herzlich willkommen zu meinem neuen Video über den Bärenmarkt. Und in diesem Video möchte ich euch ein kurzes, hoffentlich kurzes Update geben über meine Position bei Aave, die ich in meinem letzten Video vorgestellt habe. Ich habe gerade mal nachgesehen, mein letztes Video ist auch schon wieder über vier Wochen her. Und ich habe einfach gedacht, vielleicht ist es ja mal auch interessant zu sehen, wie sich so eine Position weiterentwickelt. Also es ist ja eine Sache, das auf YouTube immer vorzustellen, was man jetzt vorhat. Und dann zu überlegen, welche oder zu erzählen, welche Überlegungen dahinter stecken. Und eine andere Sache ist dann auch mal zu zeigen, wie ist das Ganze weitergegangen? Hat das eigentlich geklappt, was man vorhatte? Oder ist irgendwas schiefgegangen? Funktioniert die Position eigentlich? Und darum geht es jetzt in diesem Video. Ich bin in den letzten Wochen nicht so richtig dazu gekommen, Videos zu produzieren, weil es einfach sehr viel Arbeit ist und ich anderweitig beschäftigt war. Ich bin auch als Programmierer beschäftigt, jetzt gerade mit meinem eigenen Krypto-Projekt. Und ich habe jetzt Grund zur Hoffnung, dass ich auch wieder Videos machen kann, denn da ist so eine Zwischenetappe erreicht und jetzt ist auch wieder mehr Zeit da. Ich möchte also eigentlich neuen Content produzieren und nicht mich mit den alten Sachen beschäftigen. Deshalb versuche ich also jetzt dieses Video so schnell und so kurz wie möglich zu machen, damit es dann weitergeht mit anderen Inhalten, mit neuen Inhalten. Okay, also es geht jetzt um diese Position hier bei Aave. Und diese Position bei Aave hier, die hat sich jetzt inzwischen verändert. Aber die Idee hinter dieser Position ist, von fallenden Kursen zu profitieren. Wir sind im Bärenmarkt, Kurse gehen runter. Und die Idee ist jetzt, wie kann man hier also sich gut aufstellen, trotz der fallenden Kurse. Und dabei geht es nicht darum, jetzt während des Bärenmarktes Plus zu machen. Das ist eine Sache, die ist ziemlich schwierig. Da gibt es zwar auch Strategien, mit denen man das könnte. Das ist aber jetzt hier nicht mein Ansatz, sondern mein Ansatz ist, ich möchte jetzt während die Kurse unten sind, möglichst viel Krypto einkaufen. Und mit Aave, mit dieser Position hier, kann ich mir das Ganze zumindest in Bezug auf Bitcoin optimieren. Die Position, um die es hier geht, besteht einfach darin, dass ich bei Aave auf Polygon eine Einlage gemacht habe in Höhe von 18.000 US-Dollar. Aber diese Einlage habe ich vorgenommen in Form von Stablecoins, nämlich in Form des USDC. Und dafür darf ich mir dann Bitcoins ausleihen, beziehungsweise ich kann mir hier aus der Liste Assets aussuchen, die ich mir ausleihen kann. In dem Fall habe ich den Wrapped Bitcoin gewählt und habe hier 0,63 ungefähr Wrapped Bitcoin entnommen als Darlehen. Die liegen jetzt in meinem Wallet. Ich habe also jetzt 0,63 Bitcoin Schulden bei Aave. Diese 0,63 Bitcoin liegen aber unverändert in meinem Wallet, sodass ich die auch jederzeit zurückzahlen kann, wenn ich möchte. Und diese Bitcoin sind zurzeit 13.000 Dollar wert. Das liegt daran, dass der Bitcoin-Kurs zurzeit bei ungefähr 21.000 Dollar steht. Die konkrete Idee hinter dieser Position besteht jetzt darin, dass ich mir immer mehr Bitcoin leihen kann, wenn Bitcoin im Kurs fällt. Es liegt einfach daran, dass ich mir nur einen bestimmten Prozentsatz meiner Einlage als Darlehen nehmen kann. Also ich kann hier, wenn ich 18.000 einlege, maximal ungefähr 15.000 Dollar an Darlehen nehmen. Das Asset kann ich mir aussuchen, also kann ich mir Bitcoin im Wert von 15.000 Dollar ausleihen. Wenn der Bitcoin-Kurs runtergeht, dann bekomme ich für 15.000 Dollar mehr Bitcoin, kann also im Grunde hier mein Darlehen immer weiter ausbauen. Vorteil ist gegenüber des einfachen Kaufens, dass ich mich jetzt nicht festlegen muss, was meinen Kaufpreis, meinen Einstiegspreis angeht. Ich kann einfach jetzt schon mal Bitcoins entnehmen und dann schauen, wenn der Kurs weiter runtergeht, bekomme ich mehr Bitcoin. Anders, als wenn ich jetzt irgendwo kaufe, dann ist mein Geld weg und ich kann dann nur noch zuschauen, wie der Bitcoin weiter runtergeht und mir dann überlegen, schade, wäre ich doch später eingestiegen. Das ist jetzt die grundsätzliche Idee hinter dieser Position. Als ich die Position in meinem letzten Video aufgemacht habe, war noch eine andere Marktsituation. Und zwar war der Bitcoin-Preis wesentlich höher und damals konnte ich mir nur 0,16 Bitcoin ausleihen für meine Einlage. Die Sicherheit, die ich hinterlegt habe, die war damals aber auch noch ein bisschen niedriger. Also zwei Faktoren, zwei Unterschiede. Der erste Unterschied ist, Bitcoin ist gesunken im Preis. Deshalb habe ich mehr Spielraum bei der Entnahme heute und gleichzeitig habe ich aber auch meine Sicherheit erhöht. Im Klartext, ich gehe jetzt im Moment also etwas mehr Risiko. Das hier ist der Bitcoin-Preis-Chart der letzten drei Monate, um einfach mal zu zeigen, was ist mit dem Markt passiert seit dem letzten Video. Das letzte Video war so um den 06.06. Ich habe jetzt mal 10.06 hier angesetzt, ist ja auch egal. Geht ja nur um die groben Hausnummern. Damals war Bitcoin noch auf 30.000 US-Dollar. Inzwischen sind wir bei 21.000 US-Dollar angekommen. Und was hat jetzt diesen Kursverlust beim Bitcoin ausgelöst in den letzten Wochen? Da muss man, glaube ich, auch mal Celsius nennen. Celsius Network, große Landingplattform, hat am 13.06. bekannt gegeben, dass sie keine Auszahlungen mehr machen. Also im Grunde die eigene Insolvenz bekannt gegeben, nur eben anders formuliert. Und in Celsius Network waren einige Hedgefonds auch investiert. Three Arrows Capital muss man da nennen, Voyager und ähnliche Anbieter, unter anderem auch Kryptobörsen, Qcoin, war mal im Gespräch, dass sie in Schieflage sind. Das heißt also, diese Hedgefonds, die da investiert waren, die warten, die kommen nicht mehr an ihre Assets ran. Die Assets sind im Grunde weg, führt dann eben zu einer Art Pleitewelle im Kryptospace. Das hat sich nicht wirklich gut auf den Bitcoin-Kurs ausgewirkt. Und der andere Grund ist, und ich glaube, das ist eigentlich eher so der Hauptgrund, die gesamte Makroentwicklung. Und mit der Makroentwicklung, damit meine ich das große Thema der Inflation, die ja immer mehr steigt, vor allem in den USA ist das Thema, also die Inflation in den USA ist ein beherrschendes Thema für die Märkte, nicht nur für Krypto, sondern auch für die Aktienmärkte. Und das ist etwas, was dann eben dazu geführt hat, dass der Bitcoin-Kurs mit den anderen Asset-Klassen, die als riskant eingestuft werden, eingebrochen ist. Und das hat dann dazu geführt, dass ich also meine AWO-Position auch entsprechend angepasst habe. Und die Ideen dahinter, die erzähle ich jetzt mal ganz kurz so im Galopp. Und zwar ist tatsächlich der Kryptomarkt zurzeit auch sehr durch Makro bestimmt, ebenso wie der Aktienmarkt. Das größte Thema, wenn es um Makro geht, ist eben zurzeit die hohe Inflation in den westlichen Industriestaaten. Die USA hatten im Mai eine Inflation, die deutlich über 8 Prozent lag. Die EU, glaube ich, erst bei 7 bis 8 Prozent. Man muss jetzt dazu sagen, dass diese Zahlen ja in irgendeiner Form auch sehr, sehr vorsichtig, sehr konservativ sind. Denn wir wissen ja alle, dass die Preise eigentlich in vielen Bereichen wesentlich mehr gestiegen sind als jetzt um 8 Prozent im Jahresvergleich. Es liegt einfach daran, dass die Inflation in dieser Art gemessen wird. Das heißt, man sucht einfach, man stellt einen Warenkorb zusammen, schaut, wie alles teurer geworden ist. Und viele Dinge, die jetzt sehr schnell teuer geworden sind, sind im Warenkorb eigentlich gar nicht drin. Also 8 Prozent Inflation ist schon ziemlich hoch. Die Politik muss was unternehmen, weil Inflation wirkt sich auf die Wähler aus. Die Wähler, die normalen Leute, man merkt einfach wirklich, überall wird alles teurer. Viele Dinge kann man sich schon gar nicht mehr richtig leisten oder man macht sich Sorgen, wenn es jetzt so weitergeht, dass man sich das nicht mehr leisten kann. Und es geht wirklich auch um wesentlich lebenswichtige Dinge wie Sprit fürs Auto oder um Heizung, Heizkosten und diese Dinge, Lebensmittel und so. Also das ist was, was echt in den Köpfen ankommt. Und deshalb muss die Politik reagieren. US-Notenbanken, also die Notenbanken reagieren darauf durch quasi Erhöhung der Leitzinsen. Das soll Geld aus dem Markt rausziehen. Das soll die Inflation eindämmen. Und ich glaube jetzt für Märkte, die global sind, wie der Kryptomarkt, kann man eigentlich so sagen, ist die US-Notenbank der entscheidende Faktor. Das ist das, was man sich angucken muss. Die EU, also EZB oder die Zentralbankhiefe von Großbritannien, Kanada und so, die kann man, glaube ich, ein bisschen vernachlässigen. Denn im Grunde werden die sowieso mehr oder weniger das auch nachmachen, was die US-Notenbank macht. Denn die Inflation ist ja nun ein globales Phänomen, den das die westlichen Industriestaaten alle gemeinsam haben. Also US-Notenbank erhöht die Zinsen. Das führt dazu, dass dann die Investoren abwandern in risikoärmere Anlageklassen. Liegt einfach daran, dass dieselben Erträge oder gleichwertige Erträge zu erzielen sind in Anlagen ohne Risiko, wie zum Beispiel Staatsanleihen. Das ist zumindest so die Idee dahinter, die in den Köpfen drin ist. Und die Mainstream-Meinung zu Krypto ist ja, dass Krypto eigentlich so eine Hochrisikoklasse ist. Denn man sieht ja die Volatilität, das ganze Vermögen, das man reinsteckt, kann innerhalb von drei Tagen nur noch die Hälfte wert sein und so. Das ist also das, was so jetzt quasi Mainstream-Meinung ist. Krypto ist einfach so eine der riskantesten Anlageklassen überhaupt. Es ist reine Spekulation, es hat keinen intrinsischen Wert dahinter. Bla, 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 was man so immer hört, was man so kennt, was so ein bisschen vernachlässigt wird oder was noch nicht in den Köpfen angekommen ist. Das ist, dass Krypto womöglich etwas ganz Neues ist, dass es vielleicht auch gar nicht so sehr darum gehen sollte, Krypto als Anlageklasse in diesen Katalog einzuordnen, sondern dass Krypto einfach auch eine Technologie ist, die mit Anlageklassen arbeitet, also über die man mit anderen Anlagen arbeiten kann. Nehmen wir mal an, Aktien auf der Blockchain, Währungstausch auf der Blockchain und ähnliche Dinge. Also dass Krypto eine Technologie ist, die im Grunde das alles umfasst. Das ist in den Köpfen überhaupt nicht drin, sondern es geht eigentlich darum, wir haben die und die Anlageklassen, Krypto ist eine davon und die ist in diesem Risikoindex irgendwo da ganz am Ende so, wo nur die Verrückten investieren. Das heißt also, es gibt eine Abwanderungsbewegung von Kapital aus dem Kryptospace. Krypto geht runter, Notenbank geht runter, wenn die Notenbanken die Zinsen erhöhen. Das ist ganz klar. Die US-Notenbank, die FED, erhöht die Zinsen, wenn die Inflation weiter steigt. Es sind ja Zinserhöhungen angekündigt worden für die nächsten Monate, auch mehr oder weniger konkret beziffert. Ich glaube, nach hinten raus ab September hält man sich das mehr offen, aber für die nächsten Monate sind Zinserhöhungen schon quasi definitiv angekündigt. Aber es ist so, dass jetzt übermorgen am 13.07. neue Inflationszahlen für die USA veröffentlicht werden. Und es ist einfach die Frage, was passiert dann, wenn die Inflationszahlen anders sind als jetzt im Vorfeld angenommen. Man kann also sagen, dass der Markt bereits auf die Zinserhöhungen reagiert hat. Die Zinserhöhungen sind ja jetzt schon seit Wochen bekannt und in den Köpfen längst verarbeitet. Die Assets alle schon abgestoßen. Der Markt bildet also im Grunde schon den Stand ab, den wir, wenn alles planmäßig läuft, im September dann haben werden. Und das würde also jetzt bedeuten, dass wir schon am Bottom sind. Auf der anderen Seite ist es aber so, dass die Wirtschaftslage nicht besonders rosig ist und die Prognose für die Wirtschaft auch nicht besonders gut aussieht. Und die Auswirkungen davon, die werden wir erst in den nächsten Monaten spüren. Da sind vor allem zu nennen natürlich der Krieg in der Ukraine mit den ganzen Ungewissheiten, die da entstehen können. Dann gibt es eben große Produktionsausfälle in China, weil ganze Standorte immer noch dicht gemacht werden. In der Ukraine gibt es Produktionsausfälle, in Russland gibt es Produktionsausfälle. Dann haben wir ja eine aktuelle Energiekrise. Es gibt Lieferengpässe, zum Beispiel durch Logistikausfälle. Also Containerschiffe stehen Schlange vor den Häfen, kommen nicht rein, weil einfach andere Schiffe nicht abfahren können, weil Waren nicht geladen werden. Und so ist es tatsächlich die aktuelle Situation. Und zusätzlich gibt es ja noch die Gefahr von sogenannten Black Swan Events. Also Black Swans sind ja schwarze Schwäne, sind ja selten. Nur jetzt muss man dazu sagen, also inzwischen gibt es ja jede zwei Wochen irgendwie ein Black Swan Event. Und da kann man ja eigentlich auch nicht mehr von einem Black Swan Event reden. Beispiele wären jetzt weitere Eskalationen im Krieg. Taiwan, also China wandert in Taiwan an, wird immer wieder genannt. Flüchtlinge durch große Hüngers, Flüchtlingswellen durch große Hungersnöte, ähnliche Dinge, die jetzt eben womöglich noch ins Haus stehen. Und so ist meine Herangehensweise an den Kryptomarkt jetzt eher, dass ich glaube, dass der Bärenmarkt noch weitergehen wird und die Preise auch weiter fallen werden. Es ist relativ unklar, wo da eigentlich der Boden ist. Es ist durchaus möglich, dass wir auch noch unter die 10.000 US-Dollar fallen, je nachdem, wie übel dann jetzt alles kommt. Aber sehr, sehr wahrscheinlich ist doch, dass wir unter die 20.000 US-Dollar kommen werden. Ich sage nicht, dass das jetzt wirklich passieren wird, aber ich rechne ja, ich arbeite ja auch mit Wahrscheinlichkeiten und ich halte die Wahrscheinlichkeit für durchaus gegeben und auch für recht hoch, dass wir also eher so noch bei 15.000 oder 17.000 irgendwie landen werden beim Bitcoin. Der restliche Kryptomarkt, wollen wir gar nicht von reden, wird auch weiter runtergehen so. Ganz generell ist für mich aber Bitcoin ein Inflationshedge, in dem Sinne, dass einfach Bitcoin gemacht dafür ist, gegen Inflation anzutreten. Und das ist auch etwas, was sich nach und nach irgendwann vielleicht in den Köpfen noch festsetzen wird, wenn die Inflation weitergeht. Aber das sind Themen, die sehe ich auch erstmal so eher im nächsten Jahr. Dass also im Grunde etwas passiert, wenn die Inflation jetzt nicht in den Griff kommt, wenn man die jetzt nicht in den Griff kriegt, dann wird man natürlich irgendwann nach Alternativen suchen. Und ich glaube, dass Bitcoin dann wirklich sehr schnell in den Köpfen ankommen wird. Denn Bitcoin hat diesen Deflationscharakter. Und wenn man Inflation hört und überlegt, was hilft dagegen, dann denkt man Deflation automatisch und dann ist der Weg zu Bitcoin sehr, sehr schnell vollzogen. Also Stichwort raus aus Fiat. Durch die Unzensierbarkeit nochmal ein weiteres Argument. Also es kann einem letztlich keiner verbieten, Bitcoin zu kaufen. Deshalb also Bitcoin auf jeden Fall schon mal eine gute Idee. Aktuell überwiegt aber noch das Narrativ des Spekulationsobjekts mit der hohen Volatilität und so weiter. Also das hat sich noch nicht richtig durchgesetzt. Daher, ich kaufe jetzt bei fallenden Kursen weiter nach. Und das Instrument ist für mich eben meine Position bei Aave. Und jetzt gehe ich konkret auf die Position ein. Das hier ist jetzt also meine Position bei Aave von vor vier Wochen. Ich habe eingelegt 10.000 US-Dollar als Sicherheit in Form von USDC. Habe mir 0,16 Bitcoin ausgeliehen. Das konnte ich machen, weil ich einen Spielraum hatte von 8.000 Dollar. Also 10.000 Dollar Sicherheit ergeben. Einen Spielraum von ungefähr 8.000 Dollar. Und ich kann mir dann Bitcoin im Wert von 8.000 Dollar ausleihen. Die Idee war jetzt, wenn der Kurs runtergeht, dass ja dann quasi der Wert meines Darlehens auch fällt, sodass der Spielraum bis zu den 80 Prozent größer wird und ich nochmal nachnehmen kann. Das ist ja das, was ich möchte. Ich möchte mehr Bitcoins haben für entweder den nächsten Bullenmarkt oder klar als Inflations-Hedge auch ganz gut so. Dann war aber zu dem Zeitpunkt, ging so die Vorstellung durch den Cryptospace, dass jetzt womöglich eine Relief-Rallye ansteht. Also das war so drei Tage, bevor dann alles abgekackt ist, war noch die Idee, jetzt gehen die Kurse wieder hoch. Wir sind schon am Bottom. Und also Stimmung war tatsächlich erst mal wieder positiv oder leichter oder besser, positiver muss man sagen. Und um mich dagegen abzusichern, habe ich also meine 0,16 Bitcoin wieder eingelegt bei Aave als Sicherheit. Das heißt, mein Darlehen und meine Sicherheit laufen parallel im Wert, sodass keine Liquidierung stattfinden kann. In der Situation. So, was habe ich jetzt seitdem geändert? Also Risiko habe ich erhöht. Ich habe jetzt auf jeden Fall schon mal die Bitcoin, die ich als Sicherheit hinterlegt habe, wieder rausgenommen. Denn ich möchte die ja jetzt in meinem Wallet haben und nicht bei Aave rumliegen haben. Ich will, dass ich damit irgendwie arbeiten kann. Die zweite Sache, die ich gemacht habe, ich habe mein Risiko noch mal erhöht, indem ich meine Einlage erhöht habe. Ich habe noch mal 8000 Dollar eingezahlt, weil ich jetzt in meinen nächsten Videos ein paar Sachen zeigen möchte, die dafür brauche ich Kohle, habe ich also jetzt schon mal reingetan. Und entsprechend dann eben auch mir mehr Bitcoin ausgeliehen. Kurs ist ja runtergegangen. Das hat mir einen höheren Spielraum gegeben, plus die erhöhte Sicherheit, die ich hinterlegt habe. Und so konnte ich also 0,63 Bitcoin entnehmen. Und diese 0,363 Bitcoin, die sind jetzt auch in meinem Wallet. Das heißt, egal was jetzt bei Aave passiert, 0,63 Bitcoin sind in meinem Wallet. Die kann mir jetzt keiner mehr wegnehmen. Was bei Aave passiert, ist davon komplett unabhängig. Und jetzt noch mal konkret in Zahlen. Was hat sich geändert? Aktuell liegt der Bitcoin bei ca. 21.000 US-Dollar. Mein Darlehen ist also 13.230 US-Dollar wert. Und das heißt, mein aktuelles Loan-to-Value-Verhältnis liegt jetzt bei 73,5 Prozent, weil die 13.230 Dollar zu den 18.000 Dollar, die ich hinterlegt habe, das Verhältnis, das liegt eben jetzt bei 73,5 Prozent. Theoretisch möglich wären 82,5 Prozent. Danach wird dann meine Position liquidiert. Ich habe sogar noch ein bisschen Reserve eingebaut für den Fall, dass die Kurse steigen. Und das heißt, mein Health-Faktor, der hat sich verändert. Das sieht man jetzt hier oben in der Mitte unter Health-Faktor, die orange Zahl, der liegt jetzt nicht mehr bei 2,38, sondern bei 1,16. Je niedriger der Health-Faktor ist, desto riskanter ist meine Position. Und 1,16 ist sehr nah an der Liquidierungsgrenze, denn bei dem Health-Faktor von 1 wird meine Position liquidiert. Also mehr Risiko. Ich setze auf sinkende Kurse. Was passiert, wenn das Ganze funktioniert? Bei sinkenden Kursen, also nehmen wir mal an, Bitcoin würde jetzt auf 17.000 Dollar fallen. Dann wäre mein Darlehen nicht mehr so viel wert wie vorher, nämlich nur noch 10.710 US-Dollar. Und dann hätten wir ein neues Loan-to-Value-Verhältnis, nämlich 59,5 Prozent. Und dadurch würde sich ja bis zu 82,5 Prozent ein neuer Spielraum ergeben. Zum Beispiel könnte ich mir statt 0,63 Bitcoin 0,8 Bitcoin ausleihen. Die könnte ich dann also quasi in mein Wallet packen. Die Differenz. Und hätte dann jetzt nicht mehr 0,63 Bitcoin in meinem Wallet, sondern 0,8 Bitcoin. Und natürlich mache ich mir auch Gedanken darüber, was passiert, wenn die Kurse jetzt hochgehen. Und ganz ehrlich, ich glaube wirklich nicht, dass die Kurse dauerhaft hochgehen werden. Es gibt einfach keinen Grund dafür. Die weltpolitische Lage ist so, wie sie ist. Die ändert sich auch jetzt erst mal so schnell nicht. Also ein echtes Potenzial für einen neuen Bull-Market sehe ich nun wirklich überhaupt nicht. Da müssten schon ganz andere Dinge passieren. Krieg in der Ukraine zu Ende oder irgendwas in der Art. Und das würde man dann mitkriegen. Dann müssen wir natürlich seine Position auch noch mal anpassen. Aber das ist jetzt für diese Planung hier nicht relevant. Stattdessen geht es jetzt eher so um das Stichwort Relief Rally. Also wenn es noch mal kurz nach oben geht und ein mögliches Szenario, vielleicht auch sogar ein wahrscheinliches Szenario ist, dass die Inflationszahlen jetzt im erwarteten Bereich liegen werden. Also dass sie so bei irgendwas, ich würde es mal sagen, über 7,5 Prozent und deutlich unter 9 Prozent stecken. Dann würde sich die FED wahrscheinlich in ihrem Kurs bestätigt sehen. Und man würde dann so sagen, ja, also Inflation ist hoch. Aber wir haben ja auch Maßnahmen ergriffen und die Maßnahmen wirken. Die Inflation ist nicht mehr gestiegen. Sie ist gleich geblieben. Das ist ja auch schon mal ein Gewinn. Und jetzt ergeben sich also daraus erst mal keine Änderungen an dem aktuellen Vorhaben. Die Zinserhöhungen bleiben so wie geplant. Und dann würde man also im Grunde hätte man also wenigstens schon mal Sicherheit im Markt. Denn der Markt reagiert eigentlich auf Sicherheit immer besser als auf Unsicherheit. Selbst wenn die Sicherheit darin besteht, dass man also jetzt Gewissheit in Bezug auf schlechte Nachrichten hat. Das wäre also dann ein Potenzial für eine Relief Rallye. Genau wie natürlich die Inflationszahlen liegen unter den Erwartungen. Also sagen wir mal unter 7,5 Prozent. Das würde natürlich bedeuten, die FED sieht Potenzial für einen milderen Kurs in der Zukunft. Man würde also sagen, ja, Inflation ist immer noch hoch. Wir müssen auch noch dran arbeiten. Aber wir haben was getan und unsere Mittel funktionieren, seht ihr ja. Und deshalb besteht Potenzial, dass wir eines Tages irgendwann mal eben auf Zinserhöhungen doch verzichten, die wir jetzt schon eingeplant haben. Es reicht übrigens, wenn der Markt das so sieht. Also es muss nicht sein, dass die FED das so bekannt gibt. Es reicht auch, wenn einfach der Markt sagt, oh, Inflationszahlen sind runtergegangen. Möglicherweise wird die FED das irgendwann machen. Die reden jetzt aber noch nicht davon. Also das wäre, niedrigere Inflationszahlen könnten dann dazu führen, dass also im Grunde auch eine Art Relief Rallye kommt. Bis dann also die allgemeinen Faktoren, also die Makrofaktoren demnächst irgendwann wieder in den Vordergrund treten. Dann schlechte Wirtschaftszahlen und ähnliche Dinge, höhere Arbeitslosigkeit und so weiter. Das würde ja dann irgendwann auch wieder in den Vordergrund treten. Und dann sind wir eigentlich schon wieder in der alten Situation drin. Ja, das Kursziel bei einer Relief Rallye wäre bei mir so, ich denke mal bei 30.000 US-Dollar, davon gehe ich aus, wäre dann Schluss. Es würde von 21 auf 30 maximal steigen. Ich sehe das eher so, das Ende der Fahnenstange bei 28.000, kann sogar noch viel früher sein, dass dann der ganzen Sache wieder die Puste ausgeht. Hängt einfach davon ab, was noch alles passiert. Und ich plane also einen Ausstieg aus meiner Position bei 24.000 US-Dollar ein. Das würde dann bedeuten, dass ich die Chance hätte, wenn wirklich so eine Relief Rallye käme, dass ich nochmal eine Gewinnmitnahme bis ungefähr 28.000 Dollar machen kann. Ist so eine Idee, wird man sehen, ob das so kommt. So, dann wäre es also möglich, diese Position nochmal neu aufzubauen und das Ganze zu beobachten. Ja, wäre ein anderes Video, wäre eine andere Situation. Und die Frage, die sich hier stellt, ist dann, wie schaffe ich das eigentlich, dass diese Position hier automatisch angepasst wird, wenn Bitcoin auf 24.000 Dollar steigen würde? Wie komme ich hier aus der Nummer raus, ohne dass ich dafür nachts aufstehen muss und regelmäßig die Kurse checken muss und ähnliches? Wie kann ich das Ganze automatisieren? Und dafür nutze ich wieder die Liquidierung. Diese Position wird ja automatisch angepasst in dem Moment, wo quasi Bitcoin steigt auf über einen bestimmten Wert. Und ich muss jetzt einfach nur wissen, wie viele Bitcoins kann ich mir ausleihen, damit diese Position bei einem Preis von 24.000 Dollar aufgelöst wird. Das Ganze leitet sich ab aus dem Loan-to-Value-Verhältnis oder besser gesagt aus dem sogenannten Liquidation Threshold. Das ist ein Wert, den habe ich bisher ein bisschen unterschlagen, um das zu vereinfachen. Aber im Grunde ist das nichts anderes als ein LTV, nämlich wenn das Verhältnis von Darlehen zu Einlage 85 Prozent beträgt, dann findet die Liquidierung statt. Also nicht 82,5. Das ist das Maximale, was ich mir ausleihen kann. Die Liquidierung, davon gibt es nochmal einen separaten Wert, ist bei Aave einfach so, weil man da so eine gewisse Sicherheitsreserve noch eingebaut hat von ein paar Prozentpunkten. Und meine Einlage beträgt ja 18.000 US-Dollar und das heißt also 85 Prozent von diesen 18.000 US-Dollar sind 15.300 US-Dollar. Das ist also 85 Prozent meiner Sicherheit, wenn die Bitcoins, die ich habe, 15.300 US-Dollar oder mehr wert sind, findet die Liquidierung statt. Und weil ich mir jetzt einen Liquidierungspreis von 24.000 Dollar vorgenommen habe, ist eigentlich die Frage, wie viele Bitcoins sind 15.300 US-Dollar wert bei einem Preis von 24.000 Dollar. Und da kommt eben genau 0,63 Bitcoin raus. Und das ist auch der Grund, warum ich diese Position so strukturiert habe. Und so kann ich also jetzt mal zeigen, wie man eigentlich Aave nutzen kann, um auf diese verschiedenen Szenarien hier einzugehen. Ja, also eigentlich habe ich vor, solche Update-Videos jetzt regelmäßig zu machen, denn ich finde das bei anderen YouTube-Kanälen mitunter schon mal ein bisschen schade, dass so Strategien oder Positionen gezeigt werden und man dann nicht erfährt, wie das Ganze weitergegangen ist, ob das überhaupt geklappt hat, ja oder nein. Und also mich persönlich interessiert das, aber ich weiß ja nicht, wie es euch geht. Deshalb schreibt doch bitte einfach mal unten in die Kommentare rein. Wollt ihr auch Update-Videos haben oder findet ihr das eher uninteressant? Denn also klar, ich möchte auch die neuen Inhalte mehr in den Vordergrund stellen. Da kommen jetzt auch zwei Videos, sind jetzt geplant. Eins über Kusama und eins über Convex Curve. Da ergeben sich ganz neue Gelegenheiten, mit Kusama und Curve zu arbeiten, die vor allem richtig gut im Bärenmarkt funktionieren. Besser jedenfalls als im Bullenmarkt. Also ran an diese Projekte, jetzt wo die Kurse unten sind. Und darum geht es in den nächsten Videos. Darauf freue ich mich. Bis dahin erstmal alles Gute. Tschüss. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann.